Ah, fuck, damit kann ich jetzt einschieben. Welche müssen wir jetzt noch... Wie müssen die jetzt nochmal sein? Gelb, Braun, Schlieder in der obersten Reihe. Habe ich vergessen, dass ich zwei gleichzeitig schieben kann. Jetzt bin ich aber weg. Riko wird mich nicht mehr finden. Kopf, Christoph. Hallo. Gerade war das noch ein bisschen cooler hier. So, jetzt spere ich euch ein. Scheiße. Ja, spere ich Christoph ein. Du schaffst das. Mein Spiel hat sich aufgegangen. LOL. Ultra-Lex. Hallo, hör auf. Hä? Auf den Leck erstmal schlagen. Ich habe ganz viel links links gedrückt. Ich habe immer noch Standbild. Ach nee, ich habe mich einfach nur nicht bewegt. Davor hat sich leckst. Davor hat sich leckst. Davor hat sich leckst. Da habe ich meine Maus aufgerissen. Davor hat sich leckst. Das glaubte kein Mensch. Ey, ihr habt doch gesehen, dass ich... Ich habe mir ja vor meine Maus rufen. Da hatte ich leckst. Da dachte ich, okay, ich lasse mal alles los. Und dann dachte ich halt, weil sich nichts bewegt hat. Okay, ich habe Standbild. Aber ich habe mich einfach nur nicht bewegt. Aber am Anfang hatte ich leckst. Ja, auf jeden Fall. Hatte ich halt wirklich. Ich bin doch... Als ich gesagt habe, ich habe leckst, bin ich hier doch rumgejumpft. Wie so ein Irrer. Woher weißt du das denn dann so genau? Weil ich da drin stand, als es angefangen hat. Und dann einmal hier stand und ich geschlagen habe. Ich werde ja wohl kaum, wenn ich gerade so rumlaufe, sagen, oh, ich habe Standbild. Aber du stehst. Ja, dann dachte ich, okay, ich habe das Standbild immer noch. Und dann habe ich gemerkt, oh, war vielleicht nicht so smart die Aussage. Geh da rein! Wieso? Hast du kein Loch mehr? Ja, wer hat denn hier ein Loch reingemacht? Keiner, das war schon. Tatsächlich. Tatsächlich? Ich dachte auch erst, dass Merlin das gewesen ist. Ja, wow, immer war es Merlin, weißt du? Geh da rein! Oh, das war knapp! Geh da rein! Rio, kann ich dir irgendwie helfen? Ich dachte, Rio, ich habe das Gefühl, Rio weiß zwar die Lösung, aber macht es trotzdem random! Also in der ersten Reihe muss... Gelb, Orange, Lila. Ich habe wieder mein eigenes Grenzversteck. Ich freue mich vor allem, wie er das gemacht hat, dass die Sticky Pistons die Dinger wieder loslassen. Ich habe ein bisschen Opferschöne. Oh, nächste Reihe ist... Barbe, Farbe. Es muss nur noch der Weiße hoch, glaube ich. Oder? Wird es leichter gesagt, als getan. Nee, die zwei Grünen müssen getauscht werden. Braun, Weiß, Dunkelgrün. Gemütlich. Ja, das ist meine eigene kleine Butze jetzt. Guck mal, hier ist die Küche. Ach, geil. Warte, ich hab sogar neuesten Pläne, dass ich hier mir sogar ein Fenster reinbaue, auch wenn jetzt hier jemand drin steht und es ist deshalb nicht mehr funktioniert. Kann ich mir was? Da ist ein Fenster, guck mal. Und weißt du, was ich jetzt baue? Warte mal, Balkon. Oh, geil, nice. Aber ich komme leider nicht rein, weil du mich auch bist. Ich kann mir doch keinen Balkon bauen. Es geht halt nicht nur zwei in dem Raum stehen. Kann ich mir hier einen Saft nehmen? Einen Saft? Ja, gerne. Dankeschön. Nimm doch den. Na, guck mal, wir haben hier schon einen Spanner. Was ist Adam für den Wichser? Darf man hier nicht mal zu zweit alleine duschen? Hallo? Zu zweit alleine duschen. Ich dusche immer zu zweit alleine. Was hast du eigentlich mit deiner Raucherlacher auf einmal? Ich darf nicht so laut rachen. Lachen. Was hast du hier noch für einen Raum eigentlich? Das ist mein Badezimmer. Oh, ich muss raus. Ja, ich muss auch raus. Scheiße. Mein Gott, ich komme jetzt in dein Game und ich raue. Kannst du uns bitte befreien? Dankeschön. So, jetzt kann ich hier noch mal... Das war so der Balkon. Der war so als Balkon geplant. Oh, Christoph kickt die Wolle. Wow, Christoph, der am wenigsten geleistet hat. Ja, du musst jetzt hier reintun. Christoph, darf sich gleich... Guck du mal, was gibt's denn hier so schönes? Wo kann man denn die rote hinpacken? So, jetzt darf Christoph aussuchen. Mhm. Geil. Was haben wir denn noch? Ja, Christoph, bitte erst mal stehen. So, Adventure, Arena, Parcours, so viel haben wir... Ja, haben wir echt schon hier fast die ganz... haben wir echt fast die ganze linke Seite voll. Fehlt nur noch hier Adventure. Guck dir draußen. Komm Christoph, such dir doch mal eins aus. Bei mir ist alles da am leuchten. Wir haben die ganze linke Seite voll. Wie alles am leuchten. Weil unten ist Close-Down. Christoph ist bei mir weg. Wo ist Ach du, der ist da auf... Gehen wir rein, Christoph. Machst du die linke Seite voll? Mit was denn dann? Adventure. Dann haben wir alle von links. Wieder hin? Mach da. Ich seh nix. Return to Hub! Ach nee, sag mir, das hat so ein Ding war, wo wir irgendwelche Aufgaben erfüllen müssen. Wo bist'n du? Ach, Merlin, ich seh Merlin wieder nicht. Eine Angel und ein Fisch. Das war das Schwein. Jetzt seh ich Merlin, er ist im Boden. Alles klar. 30 Zentimeter tiefer. Oh, wer synchronisiert? Wie wer synchronisiert? Du, du kannst das am besten. Bist der Spielmeister. Hier, Christoph, bleibst du mal hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, Fisch, Two-Fisch, Red-Fisch, Blue-Fisch. Was sollen wir jetzt machen? One-Fisch, Two-Fisch, Red-Fisch, Blue-Fisch. Müssen wir vielleicht haben? Have you come on search of the Holy-Fisch? Who are we killing? We got no arms to get fish. I got no arms to get some fish. Do you believe in the lesson? We got some arms to catch some fish. Merlin, bitte nicht singen. Wie sind die legendären Helden? Der singt hier doch auch. Ich hab dir nur ein Schild vorgelesen, wo jemand gesehen hat. Oh, die heilige Wolle müssen wir finden, oder was? Ja. Er sagt mir nicht, dass wir wieder Aufgaben erfüllen müssen. Ich hab ne audience beim König. Could the legend be true? Have you come from a distant land to claim the holy rule of oranges? I will bring you to what you seek. But first, Alter, bin zu langsam zum Beispiel. Das sieht so aus, das klingt wie so ein Kind, der erstmal im Wörterbuch nachschlägt, das ist überhaupt geil. Das ist überhaupt geil. I am good King Steve. Long have you waited for your coming, and know the days for you. I am finally here. To the far, far west is the evil zombie lord. You must destroy him. Bring his head, and I will take you to what you seek. Return with the scumbag's knocking, and place it in my royal chest of beheaded. Then I will know you are true to the prophecy. But beware, the road is not so easy. For there are dangerous killers, clearly labeled as people along the path that few dare to even whisper. Go now and return to me when you have beheaded the meanie. I am sure there are some weird weapons around here. You cannot cry if you need me. If you need me. If need be. If need be. Ach, if need be. If need be. If need be. The traded zombie lord will tell you lies. Don't believe him. Whatever he says, bring me his hat. Das ist unsere Hauptregel. Nichts glauben, was ihr uns jetzt gesagt wird, sondern einfach nur den Kopf bringen. Also, ich glaube, der... Also, wenn er... Gibt's hier irgendwo schon Ausrüstung? The voyages of beheaded. Hier gibt's was zu essen. Immerhin. Essen finde ich gut. Gibt's hier irgendwo Ausrüstung? Noch mehr Ausrüstung? Oh, ich bin die Äffle. Das müssen wir halt zu the far west. Wer ist doch der denn? Oh, let's be on the lookout for zombies. Ich bin ein Gardiner. Ich fand schön, wie mein König langsam zu einer Königin wurde. Der sieht aus wie Axel. Der sieht aus wie Axel. Der sieht aus wie Axel. Der ist aus Minecraft Story Mode. Seid ich denn gerade? Doch, der sieht aus wie Axel. Wir suchen gerade noch mehr Ausrüstung, wo wir finden können. Doch, ich bin im Keller. Ja, jetzt müssen wir halt zur Farfa Westen. Jetzt müssen wir Richtung Westen. Ja, wo? Was ist hier denn ne... So, I said... You want this one. No, you want this one. Oha. Oha, oha, okay. Oha, nice. Nice. Wieso krieg ich keine Hose? Wo seid ihr denn? Hast du die Hosen weggenommen? Da war nur eine drin. Die anderen haben wahrscheinlich schon was genommen. Weil einer von euch zu viele Hosen genommen? Ich hab noch gar nichts genommen. Ich hab auch noch gar nichts. Ja, dann hab ich halt die Hose. The King has instructed me to offer you to weapons. I'm the Turtles. Tatsuppe Serie ist so awesome, Rio musst du unbedingt spielen. Beste Spiel aber. Wirklich. Fangen wir schon mal die Rassentrennung an. Jo. Habt ihr noch was für mich rausgehoben? Du kannst ja noch selber was darauf... Bist du überhaupt schon mal leider losgelaufen? Ja, ich dachte, du bleibst mal da, wo wir auch sind. Ihr seid doch vorgerannt. Bist du mir jetzt wenigstens hinterhergelaufen? Wo hast du denn wo her? Oh, da bin ich dem sogar schon zeigen und dann läuft es trotzdem noch weg. Ja. Bist du hin, Rio? Ich bin Schloss gegangen. Ja, du solltest mir hinterherlaufen. Wander noch mehr? Ja? Ja. Hier oben ist es. Der hat Truhe. Da fehlen Hosen. Hier ist ein Block. Anyone see my head? Good thing we speak through signs. Oh, hier ist der Kopf. Was macht Ellen hier so weit, weit weg? Getting tired of this Fred. Just push him off already. Jo, kann ich. Kopf von Captain Sparkles. I have nothing to live. Ich hab Captain Sparkles wieder her. Die wollen sich hier umbringen. Die wollen sich umbringen, Rico. Ja, wie wär's, wir gehen jetzt los. Ja, da bin ich auch für. Jo. Sagt der Hund, kommt grad aus dem Wasser gestiegen. Was? Wir haben auch kurz Bart genommen und dann geht's los. Ich hab mir meinen Bogen geholt. Los geht's. Ja, dann fach ich weiter gerade aus, würde ich sagen. Ist doch schön wie ich gerade so in der Seidel sehe. Beware the lake of drones. Ich kann nicht lesen wegen deinem Namen. Sorrows. Man have tried to cross. None have survived. Ich find's schön wie die... Du kleiner Wichser. Ich find's schön wie die... Ja, die Köpfe da drin sind, die alle gestorben sind. Und vor allem haben die alle noch ne Luftblase. Ich könnte alles super easy rollen. The dark forest of blackened skies. Plenty have entered, none have returned. Oh, hier wird's wirklich dunkel. Lol. Lol. Der dunkle Fall des schwarzen Himmels. Hier gibt's mit Sicherheit irgendwo ne Kiste. Versteckt. Wieso wird's denn hier so dunkel? Ich frag mich warum die mal rausgekommen ist, hm? Weil die sich verirrt haben, so wie ich gerade. Wozu bin ich? Ich guck noch mal kurz hier bisschen lang. Äh, wollte ich halt auch. Hier war nix. They never break my love for you, oh baby. I'd rather die than leave your dick side. Bitte noch nicht zu weit vor hin, ich komm gleich. Äh, ich hab nur den Schildmacher getroffen. Den Schildmacher. 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 Ja hier. Ja. Oh. Warte, 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 warte. Das war netter Geselle, würde ich sagen. Wir hätten das Ding bekommen, ey. The Bridge of Terror. Oh fuck it. Hallo. Ich bin der Schildmacher. Ach du Scheiße ist das hier. Oh, Alter, passt auf. Ihr müsst hier schon schön balancieren, ey. Oh Scheiße, schon wieder runtergefallen. Merlin, Mensch. Pass auf, gleich bist du tot. Scheiße. Der gesellt sich gleich zu den anderen da unten. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich kann mir richtig vorstellen, wie auf einmal der andere. Können wir nicht einfach den Kopf nehmen von dem? Können wir nicht einfach von dem den Kopf nehmen? Cool. Das sieht aus wie ein Echt, das ist ja krass. Song-Zombie. Oh, da ist ja schon die hier. Oh nein, ich bin wieder in die Schlucht gefallen. We used to be just like them. So, jetzt dürfen wir den Kerl nicht zuhören. Erzähl nur Lügen. Ich hab mein Schwert verloren. Ich nehm jetzt so'n Kopf nicht. Den probieren wir nochmal aus. Wenn wir wieder zurück sind. Was willst du? Go away. Ich hab' das Gefühl, Rico und Christoph wollen sich der Immersion nicht irgendwie hingeben. Ich hab' ich auch das Gefühl. Doch, natürlich. Ich find' Zombies soll a snake. Der sagt, wir sollen noch weggehen. Die erzähl' nur Lügen. Okay. You're not wanted to. Okay. It's a rule that costs all of us. Naja. Back off. Also komm näher. Wait. Don't kill me. Hey, wir müssen den killen. Wir sollen einfach nur seinen Kopf. Der erzählt uns nur Lügen, der Dude. Evil Kings. Oh nein. Sollen wir dir wirklich zuhören? Der erzählt doch nur Lügen. Der Evil Kings Steve. Der erzählt doch nur Lügen. Was passiert hier? Den vertrauen wir jetzt? Ja, dem ist King Steve. Selbst wenn er böse ist, er ist ein cooler Bock. Du wirst nicht weiter vorlesen? Er hat uns immerhin die ganzen Dings gegeben. Eben. Er hat uns Ausrüstung gegeben. Wo ist deine Ausrüstung Herr Schnitzel? Alter, das sind verfluchte Menschen. Das sind gleich... Wirst du nicht vorlesen? Du hast auch einmal davon zu lesen. Hä? Nee. Doch. So, was machen wir? Gehen wir in die Untergrundpassage? Oder... Wie wär's eigentlich, wenn wir einfach... Die haben voll die coole Flagge. Den töten. Ich will nicht den. Ich will dem Glauben, dem Steve. Das sind Zombies. Warum vertrauen wir immer den Zombies mehr als unsere eigenen Rasse? Wow. Einer scrolls hier. Okay. Ich spiel mal den Söldner. Okay. König. Sombo. Ja, zurück und du hast deine komische Kiste da packen. Ich wurde beauftragt. Warum war übrigens nix. Da waren ein paar Kisten, aber da steht extrem. Und Zombies, die sagen, warum haben wir eigentlich nix in unseren Kisten? Also, ich fühle dich hier auch nicht... Doch, Karotten sind hier. Die hab ich doch nicht entdeckt. Du Wichser. Ach, scheiße. Geh doch unten lang. Nein! Wie hast du die Schlauchte überquert? Unfassbar, ne? Bei mich lädt die Welt gerade ziemlich. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bin Assassino. Ich hab'n Fehler gemacht. Ich hab'n Fehler gemacht. Ich hab'n Fehler gemacht. Was hast du getan? Was hast du getan? Ich bin von der Burg gesprungen. Achso. Und bin jetzt an der Seite und komme hier nicht weg. Außer ich springe in den Tod. Tja, dann musst du wohl auf uns warten, bis wir endlich hier die Mission erledigt haben. Kapitel 4. So verloren wir unseren Kameraden Rico. Ja, der ist einfach mal wieder durch Gecheating wieder sich zum Leben erweckt. Lol. Das wollte ich gar nicht. Ja, mhm. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich den ganzen Weg alleine laufen. Ja, wollte ich wirklich. Nein, aber ich glaube, werden sie jetzt mal ohne Witz gehen. Weil ich hab'n gerade noch was gefunden gehabt. Da wollte ich hingehen. So. Sind alle da? Dann würde ich den Kopf reinpacken. Lass mich meinen erst mal reinpacken. Lass mich erst mal meinen 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 reinpacken. Erst mal nichts machen und dann... Gart! Oh. Oh lol. Riko bringt uns nur Probleme. Alter Rico. Wer hat denn jetzt... Hey, hast du was genommen oder hast du was da rein gepackt? Was hast du denn da rein gepackt? Ich hab den gar da rein gepackt. Warum spielen wir eigentlich mit dem Mafaka? Ich hab mich weggespielt. Ich bin dafür, dass Rico eigentlich hier einfach jetzt hier oben bleibt in der Zelle. Hätte er verdient gehabt. Ja. Tja. Au. Ich glaub, wir hätten Sombu vertrauen sollen. Hab ich echt automatisches Springen an. Hat sich grad so angefühlt. Ja, wir haben doch im Prinzip gerade Sombu vertraut. Hat Rico nicht den Dinges herausgenommen? Oder da rein getan? Äh nein. Wir haben doch den Kopf reingemacht und dann hat der König gesagt, niemand mit meiner Wolle. Ja, hat Rico nicht gerade gesagt, dass er irgendwas falsches da rein getan hat? Ja, ich glaub, das wär aber egal gewesen. Ich hab den Guard da rein gepackt. Ich glaub, dass das hier nicht alles umsonst hier her gebaut wurde. Okay. Ja, doch für die eine Entscheidung. Der würde uns einfach verraten. Der hat doch dann gesagt. Nein, Mann, der ist der Good King Steve. Nein, der ist der Good King Steve. Aber er heißt Good King Steve. Das sieht irgendwie krümlich aus. Siehst du das auch Christoph? Ja. Ja, diese ganzen Blöcke. Das Griechen. Das Griechen. Das Griechen. Das Griechen. Das Griechen. Das Griechen. Ich glaub, das ist die Untergrundpassage, von denen Sombu gesprochen hat, bevor wir ihn getötet haben. Du nimmst ihm schon mal im Spitzenarm. Der hieß Sombu. Der hieß Sombu. Der hieß Evil Lord. Nein. Guck doch mal. Der hieß Evil Zombie Lord. Das meintest du, da hab ich nicht drauf geachtet. Was machst du wieder? Trotzdem heißt es immer noch Evil Zombie Lord, ja? Ich vertraue meinem Kling nach wie vor. Hier kann man nur rumslang. Ich bin oben drauf, ne? Ich weiß nicht, ob ihr auch drauf wollt, oder? Nö. Ich mag es wirklich unter der Brücke. Do I know you from somewhere? Das nehme ich schon seit fünf Tagen. Do I know you? Du? Hä? Du? Hä? Du? Ja. Kenn ich dich? Kenn ich dich? Durch den Sprung? Ich hab euch nicht zugeguckt. Hier. Hier! Ich hab euch halt nicht zugeguckt, sorry. Oh, wer ist er denn cool ist? Bob, you have no further way in the battle. Das sieht aus wie Stone Cold. Stone Cold Steve Austin, Junge, die würde ich mich nicht... Oh, das Kronk. Kann jemand gut Kronk-Stimme nachmachen? Oh, ja, neul ist. Das klingt eher wie ein Blümchen. Und hier sieht aus wie Zoe von Digimon aus, dass sie hoch aufhört. Und geschminkt ist. Die Pickel liegt nicht mehr. Naja, nicht die Zieh. Ich hab den Geheimschalter gemacht. Oh. Oh. Stell dich die Neue vor. Ich stelle mich vor, ich stelle irgendwie. Pass aus. Oh, das sieht doch springend aus. Nee, doch nicht. Für die, die wir wieder... Kann ich mal weiterlesen? Ich muss nur noch der letzte. Wo ist Rico? 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 Rico's weg. Hat er das Kollektor? Nee, das und da. Rico? Warum auch immer der da hinten stehen geblieben ist? Was hast du denn gemacht? Ich bin in die andere Richtung gegangen. Für die Leute, die die orange Tee suchen. Drei unmögliche... Trial One. Trial One. The Phelons Peri will wieder unbreakable barrier. Alter. Oh, fuck it. Trial Three. Wo waren Trial Two? Ach, das war Trial Two. Trial Three. He climbs the really high ladder. Oh, das könnte schwierig werden. Oh shit. Oh Gott, das war klapp. Alter. Uhu. Lass doch lieber den über uns nehmen. Oh Gott. Alter Rico! Wow. Ich habe keine Wolle gekriegt. Christoph hat die mal wieder. Der hat ja wieder wenigstens gemacht. He he he. Eigentlich habe ich uns zum Ziel geführt. Wer darf jetzt auswählen? Ich will Parkour machen. Ja, Parkour bitte. Warte, war ich nicht der Erste? Weil ich das erste Mal bei einer Adventure mehr fach? Nee.